Ich kann nicht durchs Wasser gehen, oder? Oh Gott! Ja, das wird jetzt die Ausprobierrunde, ob ich durchs Wasser... Nein, kann ich nicht. Hä? Also entweder bekomme ich Schwimmflossen, was ich mir bei dem Zelda hier noch nicht vorstellen kann, oder ich bekomme irgendwann die Möglichkeit, diese Brücken zu bauen... Diese Brücken, äh, hier die... Die Bestandteile dieser Brücke, dass man die irgendwie bauen kann. Oder tragen kann, weil die sind ja auch immer wieder verstreut irgendwo mitten am Strand, wo sie überhaupt gar keinen Sinn machen. Oder man geht einfach so dahin und dann hätte sich das ganze Thema eigentlich erledigt. Meet the old man at the grave. Grave ist ein Grab, ne? Graveyard, Grab, Grab, äh, hier, Friedhof. Äh... Triff den alten Mann am Friedhof. Friedhof. Hatte ich bis jetzt einen Friedhof? Ich glaube nicht. Kann mich an keinen Friedhof erinnern. Hm, ich dachte eigentlich, letztes Mal hätte ich schon relativ viel von der Welt gesehen, aber scheinbar bin ich noch an noch viel mehr Sachen vorbeigelaufen. So, und jetzt werde ich mich nochmal eine Runde heilen und dann geht's mal auf die Suche nach dieser... Nach diesem, äh, was war denn das jetzt? Jetzt hab ich... Nach der Frau, genau. Nach der ominösen Frau, die Geld von mir haben will. Wow. Oh, Pratz. Naja, ich mag diese Typen nicht. Summe. Ähm, und die war relativ weit unten. Ach Gott, was mach ich denn heute? Es ist, äh, es ist halb zwei Uhr nachts. Ich bin mal wieder... ...neben der Spur. Ich hab irgendwie beschlossen, Zelda wird so mein... ...mein Spiel für, äh, die unausgeschlafenen Nächte und, äh... ...die Nächte selbst. Äh, uah. Äh, ach Quatsch, ne, hier komm ich ja gar nicht aus. Hm, he, 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 he. Dann hier runter. Und da unten weiter. Äh. Ja, das ist auch richtig. Na, schrupps, äh. Also ich muss ja echt sagen, ich bin ja... ...ich find, äh, diese ganze... ...Acht-Bit-Mucke find ich ja... ...in Spielen doch wesentlich atmosphärischer... ...na, hänga. ...als, ähm, die Neuen. Also, wenn ich mir jetzt zum Beispiel jetzt als... ...gerade das Zelda-Beispiel nehme, find ich die... ...neue Musik, äh... ...find ich nicht mehr so schön wie die Acht-Bit-Mucke, aber... ...so schön das Lied auch ist, es wird echt penetrant. Weil es läuft halt immer. Okay, gehen wir immer mal 30. North, West, South, West. Na bitte, sie hat's mir gesagt. Na, ist das geil. Ich hab's doch geahnt. Okay, äh, soll ich mal das notieren? Äh, Nüden. Nüden. Was? Norden. Norden, Westen, Süden, Westen. Ne, sowas kann man sich eigentlich merken. Hab ich allerdings bei dem Video auch gedacht. Norden, Westen, Süden, Westen. Ich hab's bestimmt jetzt schon wieder falsch gesagt. Ähm, komm ich da nicht von irgendwo auch rein? Norden, Westen, Süden, Westen. Norden, Westen, Süden, 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 Norden, ja. Okay, probieren wir es. Nord. Westen. Das macht Sinn. Dann läuft man auch nicht von einem Screen in den anderen Screen wieder rein. Also, in den läuft man nicht, äh, quasi. Ihr wisst, was ich meine. Yes, es hat funktioniert. Oh Gott, und hier sind, äh... Was ist denn das? Ach Gott, wie heißen die Viecher noch? Nicht doch, Centauren heißen die doch, oder? Oh Gott! Und ich hab nur noch ein Leben. Ich muss irgendwie jetzt schnell in den Tempel kommen. Der Friedhof. Ich muss schnell in den Tempel kommen, damit ich, äh, hier, ähm... Oh Gott. Damit ich nicht, äh, verrecke und das Rätsel nochmal machen muss. Ja. Norden-Westen, Süden-Westen. Ähm, ich... Ich darf also auch keine Grabsteine berühren. Scheiße. Was ist, nur einer? War hier immer nur einer? Das ist seltsam. Das ist so schlimm, weil ich hab die ganze Zeit ständig im Hinterkopf... Warte, Moment, Norden-Westen, Süden-Westen. Ich muss mir das, äh... Ähm... Pass auf. Sorry, aber ich werd mir das jetzt aufschreiben, denn ich... Mein wirres Hirn... Ähm... Und fertig, gut. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Ja, seht ihr... Merk ich mir das eine, vergesse ich das andere. Ähm... Ich... Das ist so schlimm bei Zelda, weil ich hab... schon so viele... Videos und... Alles mögliche gesehen... Wie Leute irgendwelche... Wow, Rätsel lösen. Und deswegen weiß ich immer irgendwie schon... So... Bei so ein paar Rätseln, was man da machen muss. Und das ist halt ein bisschen blöd, weil dann... Spiel ich nicht mehr so richtig blind. Und dann verbeise ich mich in Rätsel, die ich eigentlich noch nicht kennen kann. Aber durch ein Video halt... Wenigstens erwähnt bekommen... Kennengelernt habe. Ihr wisst, ich... Äh... Ne? Ist alles klar. Ist halt jetzt... Ich weiß halt jetzt wieder aus anderen Videos, dass, äh... Es ist ein Rätsel gibt, an dem man oben... Einen Grabstein schieben muss. Und das... Das macht es ja jetzt gerade schon wieder so ein bisschen blöd, weil dann versuche ich halt krampfhaft jetzt irgendwie diesen... Diesen... Grabstein zu finden, den ich... Ah, verdammt. Den ich drücken muss. Und wenn die Dinger mir Leben entziehen, dann ist das doch ganz schön... Brutal. Äh... So, also... Norden... Oha... Norden, Westen, Süden, Westen. Das ist eigentlich nicht schwer, aber mein Hirn... Na ja. Norden, Westen, Süden... Ja, Arschloch. Süden... Westen... Oh, elegant. Nicht so elegant. Verdammt. Sehr schön. Klappspaten. So, dann sind wir hier wieder auf dem Friedhof. Und ich soll ja hier einen alten Mann treffen. Vielleicht wäre es ja auch ganz angebracht, wenn der alte Mann irgendwo steht. Oder wenn... Irgendwie ein Grabstein und ein bisschen aus der Reihe tanzen würde, sodass man rausfinden könnte, welcher gemeint ist. Aber leider... Sehe ich jetzt mal keinen. Aber ich wollte schon gerade sagen, oh, das ist ja noch begrenzt nur sechs Felder. Okay, das waren sechs. Sechs Felder... Und geht's hier weiter? Ne, hier hört's wieder auf. Okay, dann will ich beim Friedhof bleiben. Das heißt, sechs Screens mit jeweils zwölf Grabsteinen. Und jetzt muss ich einen rausfinden, der besonders ist. Jetzt ist die Frage, kann ich den einfach... Wow. Wow! Kann ich den... Muss ich den anschlagen? Muss ich den drücken? Ne, drücken geht nicht weiter, dann verliere ich Energie. Oh, 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 oh. Ich glaube, ich muss einfach jeden... Ah, okay, vielleicht bin ich nicht am Grabstein gestorben, sondern bei einem spawnenden Geist. Ja, genau so ist es. Okay, die Grabsteine ziehen mir also nichts ab. Äh, ich muss dann... Es ist... Oh! Ja... Ja, sie respawnen leider unendlich an den falschen Grabsteinen. Ich muss also einfach nur an einen Grabstein rankommen. Moment, ich resette das mal. Ich muss nur an einen Grabstein rankommen. Die ersten drei hatte ich jetzt. Ich gehe da jetzt mal so vor. Ähm... Gut, das ist ja... Das ist ja eigentlich machbar. Das dauert zwar jetzt eine Weile. Aber es ist machbar. So, so, so. Okay, alle ausprobiert. Von denen ist es keiner. Ich mache erst die komplette rechte Seite fertig. Und dann... Autsch! Ich muss von der Seite ran. Wenn ich von vorne an den Grabstein dran gehe, bekomme ich sofort Energie abgezogen durch die Geister. Und ich habe nicht mehr viel. Und ich würde gerne in den Palast, damit ich mir beim Sterben nicht wieder die Arbeit machen muss. Okay, der eine unten noch. Äh, nicht wieder die Arbeit machen muss. Ah, da ganz hin zu laufen. Und die ziehen noch so verdammt viel ab. Scheißdreck. Okay, jetzt wird es echt ein bisschen blöd. Äh, ich versuche es halt einfach noch irgendwie zu überleben. Na, nicht jetzt hängen. Boah, das... Die Hänger werden immer länger. Kam da jetzt kein Geist? Kam da jetzt gerade bei dem Mittleren kein Geist? War das jetzt... War ich zu blöd zum Dagegenlaufen, oder? Da kommt kein Geist. Da kommt kein Geist. Da kommt kein Geist. Und es ist... Master using it and you can have it. Was? Schon wieder ein Schwert? Und das kann ich diesmal... Nein! Wieso kann ich das jetzt nicht aufheben? Was ist das jetzt? Hä? Ja, jetzt... Jetzt habe ich so ein leichtes Problem. Ist das das einzige Geheimnis? Using it and you can have this. Ja. Ne, ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Nehmen. Es ist kein Bug oder ähnliches. Oh, ah, 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 ah. Ja, jetzt ist die Frage. War das das einzige Geheimnis, was dieser Friedhof... Es war auf jeden Fall der alte Mann. Von dem ja... Ja, irgendwer mitten in der Wallachai erzählt hat. Hm. Aber was ist das jetzt für ein Schwert? Ich dachte, ich hätte das Master schl-schl-schlärt. Und das sieht ja jetzt nicht so... Überwärtigend besonders aus. Verdammt, ich hatte den geheimen Stein. Nein. Okay, Marke. Oben, zweite Reihe. Zweite Reihe, wieder mittel... Ach Gott, das neigt sich doch sowieso kein Schwein. Okay, wir laufen nochmal hin. Es tut mir leid, Leute, aber damit muss man sich bei so einem Let's Play von Zelda eigentlich schon... Da muss man drauf gefasst sein als Zuschauer, dass das so aussieht. Und wenn das Schnuppi-Let's Play ist, dann muss man schon mal dreimal gefasst sein, dass das so aussieht. Hm. Schmerzen, Schmerzen, gib mir Leben, je Leben. Oh Gott, es ist eigentlich... Eigentlich ist das Spiel überhaupt nichts für mich. Das ist ein Spiel, das setzt Denken voraus. Und fordert gute Orientierungsgabe. Und ich hab weder Denkvermögen noch Orientierungsgabe. Äh, Vermögensgabe. Und ich kann noch keine Sätze. Ich kann keine Wörter. Ich bin blöd. Hm. Bisschen Heilung. Ja, heile mich, du jao. Mach mich heile. Warte, ich notiere mir das mal gerade. Ganz oben links war es... Ähm. War es der hier? Gut, okay. Hm, tada. Das ist halt endlich... Ich mag das eigentlich. Ich mag so Spiele, bei denen ich, äh... Quasi Notizzettel schreibe. Für das Spiel. Weil das... Da merke ich, dass ich mir über das Spiel wirklich Gedanken machen muss. Ich find die, diese Art... Das ist ja dann fast schon Pen and Paper. Ich find das eigentlich ganz, ganz sympathisch. Aber die gibt's ja irgendwie... Mittlerweile gar nicht mehr so viel. Hm, okay. Jetzt nochmal. Norden. Westen. Süden-Westen. Ja, okay. Na, toll. Guter Parkplatz. Süden-Westen. Ja, ja, ja. Nein, scheiße. Hier alles blau. Hm. Dum-di-dum-di-du. Ich bin gar nicht so schnell wie ein Pfeil. Das ist ja seltsam. Okay. Ja. Na gut, das geht ja eigentlich noch relativ schnell, bis man wieder da ist. Okay. Ja, also es war ganz oben links da. Die zweite Reihe von links. Äh. Oder war es hier? Oh Gott. Ne, es müsste der hier gewesen sein. Von da aus geht's nicht. Von hier aus geht's auch nicht. Von hier aus geht's auch nicht. Hä? Ja, es ist zwar ein Geistloser, aber... Ein Geistloser Stein. Haha. Wie ziehe ich Wortspiele. Schön. Ne, also der bringt halt nix. Der macht zwar keine Geister, aber der bringt auch sonst nix. Gut. Das ist mir, Leute... Völlig Latte. Das macht mir gar nix. Das... Da steh ich drüber. Oh nö. Was... Achso. Achso, den hatte ich ja. Oh Gott. Ich brauch ein neues Game Pit. Mal wieder. Es ist einfach scheiße. Ich kauf mir keinen Müll mehr. Es macht keinen Spaß. Lieber ein paar Euro mehr. Das ist immer... Immer blöd. Oh Gott. Oh Gott, 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 oh Gott. So, wen hatte ich jetzt? Müsste ich jetzt den hier noch? Ne? Den noch? Nö. Okay, das ist der letzte Screen, um auszuprobieren. Und dann war es halt wirklich das einzige Geheimnis, dieser alte Mann, der mir ein Schwert in die Hand drücken will, aber es mir nicht in die Hand drücken will. Ja, das war's. Das ist seltsam. Also kein Palast und kein Schwert. Wobei ich mittlerweile auch vergessen habe, wo der war. Das war natürlich jetzt sehr sinnvoll, dass ich mir das nicht notiert habe. Aber gut. Okay, es bringt mir ja eh nix. Ich war jetzt schon ein paar Mal da, es macht ja keinen Sinn. Oh, Palast? Ja, ich bin vielleicht blöd. Und es ist Level 6. Oh Gott, das ist doch viel zu hoch. Schlüssel. Ich blindfisch. Das ist doch eigentlich viel zu hoch für mich. Schon wieder unsichtbarer Raum. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was seid ihr denn? Woop. Ne, ich, äh, nix, hier Level 6, äh, ist blöd. Ich brauch Level, ne, nicht wieder da starten. Das ist ja schön und gut, dass ich einen Palast gefunden habe. Und das ist ja auch, das wäre ja quasi Fortschritt. Aber, ähm, scheiß auf Fortschritt. Ne, das macht ja auch keinen, hat ja keinen Sinn. Ich, ich schaffe ja keinen Gegner dort. Und hier oben schaffe ich auch keinen Gegner. Was mache ich denn für Mist? Jetzt ist es aber mal gut. Hm, ärgerlich. Hm, ja, wo könnte man noch hingehen? Also ich hab so langsam, ich weiß nicht, ob es mit der Entfernung zum Startpunkt zu tun hat, äh, wie die Level der, der Dungeons sind. Also ob jetzt weit weg, äh, ein höherer Dungeon ist. Aber, ne, eigentlich, eigentlich ja nicht. Der erste Dungeon war ja auch relativ weit weg. Hm. Hier oben war der Geheimgang, da gab es auch nur einen Shop. Ja. Da gab es einen Shop und der ist mir viel zu teuer. Das ist gemein. So was ist gemein. Da, ja gut, ja, so weit war der Palast jetzt auch wieder nicht weg. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich werde jetzt gleich mal die Aufnahme stoppen. Also wenn ich beim nächsten Mal, der nächste Tod, werde ich die Aufnahme mal stoppen. Und mir das erstmal anschauen, was das Programm jetzt so geliefert hat. Wenn es scheiße war, tut es mir leid. Aber, äh, ich kann es halt nicht ändern. Und werde dann, werde dann, werde dann aber danach auf ein anderes Programm, auf mein altes Programm, wieder umsteigen. Weil die Lecks gehen mir doch ein bisschen auf den Sack. Und ich kann mir vorstellen, dass sich das auch wieder auf die Latenz, äh, auf dieses Lecken auswirkt. Was ist denn von jemandem? Was ist denn? Hadouken? Scheiße. Naja, okay, dann bis gleich.